jetzt schau dir das mal an was mir amazon heute gebracht hat kannst du erraten was das ist nein ist kein verpackter fisch das sind drei handtücher tatsächlich mikrofaser mikrofaser handtücher und die möchte ich jetzt mal testen ich persönlich finde der mikrofaser als handtuch und als lappen irgendwie nicht so geil ich stehe da so mehr auf baumwolle und zeug aber trotzdem will ich mal ausprobieren ja was haben wir hier ein großes handtuch ein meter 60 x 80 und zwei kleine handtücher 80 x 40 schnell trocknend und geeignet am besten für fitness strand und so weiter soll alles funktionieren und hier siehst du schon mal alles was in der tüte drin war ein beutel ich weiß nicht packt man handtücher in den beutel ich habe keine ahnung oder soll das fitnessstudio für die trinkflasche sein ich weiß es nicht ich habe keine ahnung so dann haben wir hier ein kleines tuch 80 x 40 also sie fassen sich schon mal schön an das ist schon mal unbestritten relativ weich tatsächlich so guck mal so so sieht das aus schmal schmal ist glaube ich ganz gut fürs fitnessstudio denn das kannst du ganz gut auf die geräte legen hier ist das zweite und hier haben wir das große mal gucken ich sag nur ein 60 x 80 so sieht es aus das sollte passen ich habe mir jetzt mal hier den arm kompletten nass gemacht kann man wirklich gut erkennen hier ist das kleine tuch und ich trockne mich jetzt mal ab und dann gucke ich mal ob das gut geht also ich würde mal sagen das kann man als handtuch verwenden hier die feuchtigkeit ist aufgesaugt ich bin trocken alles gut funktioniert so test bestanden mein arm ist jetzt sauber und trocken aber ich bleibe dabei es ist absolut nicht mein stoff ich weiß ich das hat immer so den flair von der tischdecke das ganze es ist so dünn es ist einfach nicht das feeling von einem handtuch aber ich kann mir durchaus vorstellen dass viele von euch das ins fitnessstudio mitnehmen ja es sind nicht viel platz weg das ohnehin ist trocknet sehr gut haben wir gerade gesehen ja und ansonsten meint es nicht aber trotz allem hier wer sowas möchte eine klare kaufempfehlung es funktioniert und wenn du auch dieses schöne set haben möchtest und dich das interessiert dann gehe oben in meine bio mein profil rein das link drin einfach darauf drücken dort findest du alle meine getesteten produkte und auch dieses mikrofaser handtuch set und jetzt bist du dran hinterlassen millionen einfach mal kommentar schreib mal was dazu und lass mir ein like da das würde mich natürlich unwahrscheinlich freuen ja und wenn du mehr test sehen möchtest dann bleibt dabei folge mir und wir sehen uns im nächsten video wieder tschüss